hallo und herzlich willkommen meine genossen mein name ist dennis und heute zauge ich mal wieder mit dem marlon ne runde hit the box only two tete times ja eigentlich sollten jedem die regeln bekannt sein aber ich erkläre sie noch mal wir starten runde 20 und haben die höllenhunde aktiviert gut das hätten wir geklärt also ja hallo infernox ja schönen guten tag auch ich laber hier alles voll und dann sag ich ihnen mein hallo naja passiert öfter alles klar jetzt noch mal zu den regeln also wie gesagt runde 20 starten wir und höllenhunde haben wir auch aktiviert zum ingame ja wir dürfen die kiste nur zweimal hitten ich starte mal das spiel wir dürfen die kiste nur zweimal hitten das heißt alles was man daraus bekommt muss man behalten und damit dann auch spielen es sei denn man nix doch wenn man komplett stirbt hat man noch eine einzige chancen wenn man komplett stirbt hat man zwei chancen noch mal die kiste neu zu 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 hier benutzen und wenn man eine runde komplett abgeschlossen hat darf man die kiste noch ein einziges mal gut also benutzen ich laber hier gerade ganz würdes zeug weil ich ganz durcheinander bin und malon ich sollte mal sagen du kannst jetzt ja gerne kaufen das ist ja voll vergessen wieder eieiei wo bist du denn was ich hab mir gerade gekauft ich geh mal in die kiste er machte reich mal in die kiste leck mal ein bisschen weniger ja warte ich hab ja nichts dafür nein ich werde sterben nein das war jetzt ganz naiv von mir aber du solltest hier hochkommen und krieg frei holen und mich heilen nein also du hast jetzt die chance mich wieder zu überleben jetzt jeder ist sich selbst der nächste jetzt 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 ja das war ganz schön das war richtig naiv von mir nein lebt ich jetzt so ich habe keine zeit mehr für klüge wölf also erzube ich mir erst mal ja wir haben ja peck gepanschen wir können auch einfach von peck punchen der reihe wenn ich das ist gut ich habe direkt mehr pd gezogen oder ja willst du nicht mal in die kiste gehen nein nö 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 lass mal lass mich mal gehen ja geh du bist du schon zweimal dran gewesen ne einmal ja dann geh du noch mal ja mach mal ich hätte die box ich hätte die box only two times ja mach du mal erst mal hier fertig da oben liegen noch double points hol die mal ja ich hab nö nix anderes zu tun als ja double pro munition war geil für meine anfangswaffe käse 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 ist aus quark euer 5-7 jetzt gehts los boah boah nein du hast ja die besten waffen bekommen ja das doch können wir ja viel alles hier boah ein kack boah wie köln nein scheiße hilf mir ja was soll ich machen ja weiß ich nicht tutsch dieser mies Mann ich würd mir gehen double tap holen ja nö und dich wieder beläden auf zwei hits hier ey blender hier mit ihren langen armen massive armen alter soll ich dich wieder beleben nö na doch nö will ich liegen bleiben aber trotzdem danke ja bitte na 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 soll ich die 5-7 warte wir können doch auch die äh wir können doch auch mal so mit Sally machen oder ja wenn du nix anderes bekommen hast hast du so gesehen ne wieso man munkelt ja man munkelt man munkelt packpunch mal die Affen bitte ok mach ich warte ähm wie tall ist das 10.000 warte leck mal weniger 10.000 points du leckst 10.000 10.000 10.000 10.000 over 9000 ähm hast du noch irgendwie ein paar perks oder so nö ah ok ich würd mir aber gerne perks holen aber aber mach ich jetzt aber kann schwimmen mit 7 ey ich kanns jetzt schon sagen es wird ne chaos hunde locker es wird es ist es ist immer ne chaos runde wenn im fernux aber ist ja weltrekord attemt ja 80 plus mit zwei waffen ich hab Affen und ne 5-7 akimbo gepaucht ja das war alles zu ah ja wir dürfen einmal in die kiste gehen wir haben die runde erfolgreich geschafft das ist ja auch ne ne naja hab ich mir aber ne ist ja auch egal das ist ja das ist ja das ist ja ich hab hier einfach mal wenn ich das ist ja dass ich das oder Oh Gott, Alter. Komm mal, Alter. Hinter dir... Warte, 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 warte. Ah, Triggerfinger und so. Ja. Ich kann auch gut triggern mit der RPD, soll ich mal zeigen? Ja, mach mal. Ich bin der schnellste Trigger der Welt, guck mal. Boah, Alter. Heftig, ne? Ja, wieso... Alter, das ist ja... Sollte man fördern. Ja. Du tötest mich. Sollte man meinen. Muni... Ich hab doch gesagt, du tötest mich. Nein, mach ich nicht. Was du... Geil gemacht. Das ist Black Ops 2, 5 Meter Arme. Ah, das ist hier die Ausrede der... Der Nation, wa? Die Spiele. Naja, das ist... Das ist der... Die Ausrede ist momentan in, hab ich das Gefühl. Ja, hab ich auch. Das ist so das Gefühl, so ein bisschen. Oha, da hat sich jemand hier mal was gepuncht. Oh ja. Oha. Oha, die ist gut, die 5-7 eigentlich. Eigentlich schon, ja. Die wird ziemlich unterschätzt. Ich glaube, ich punch mir jetzt mal wat. Oh, das wäre so mies, wenn du Grabschein-Pirr kaufen würdest, ne? Wieso? Oha, nur so. Soll ich machen? Ah, nee, danke. Warum nicht? Oha, nur so. Sag mal, nee. Brauch ich noch irgendwas Bestimmtes? Hm... Ja, nee, eigentlich nicht, nee. Töte mal leid, ich kann nicht an die Kiste gehen. Okay. Ah, ich hätte letzten Nice machen können. Oh, nee. Jetzt gehöre ich zu der Infernox-Bande. Was denn? Dat hab ich. Nice, ich hab das hier. Beste, Digga. Ja! Ja, mal da. OP. Soll ich die punchen? Mach. Bekommst du Smiler. Smiler? Smiler. Das ist ja... Franzig, ey. Ich hab doch Affen, Alter. Wieso wäre ich eigentlich nicht Affen, wenn du da umgehst? Ah, ja. Weiß ich auch nicht. Ja, komm. Bäm. Ich punch jetzt was. Ich punch jetzt meine Granaten. Oh, geil, Alter. Impact Nades. Genau. Das wäre doch mal episch, Alter. Wenn... Black Ops einfach mal... Die Granaten punchen und dann Impact Nades pumpen. Wäre doch eine Idee, hm? Ja. Ja. Ja, wollen wir jetzt, äh... Highward machen, oder? Ja. Ich mein, das läuft auch hier alles. Mit zwei Waffen. Das... Das hat mir ja kein Problem. Vielleicht bekommen wir auch gleich die Mark II oder so. Dann ist eh vorbei. Dann ist vorbei. Wahnsinn, Alter. Wie schlecht ich heute bin. Ich hab doch Affen... Schmeiß mal dein Äffchen. Aber nicht in die Lava. Warum denn nicht? Ja. Dann wirkt es doppelt. Alter, das ist doch gut, oder? Ja. Das ist doch gut. 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 Das ist doch gut.